Ja, das war... auf der Homepage von denen steht um 25 Uhr 37... äh, 30 fängt das an. Ja, ich hab da 23 Uhr gelesen. Ich hab nicht gedacht, dass sie da so blöd sind und 25 Uhr schreiben. Naja, aber egal. Ähm... So, so, so. So, so. Kannst du fliegen? Ja, sie kann fliegen, sehr schön. Ähm... Da muss ich irgendwas machen. Kann ich aus dem Wasser heraus schießen? Nein, kann ich nicht. Vielleicht so und dann den ja, jawoll. Yippie! Da wollen wir mal kicken. Ah, sehr gut. Let's go. Yay! Gewonnen! Yo, das ist cool. Da haben wir eine schöne... äh... ein Wasserrosenblatt oder so. Nehmen wir das Ding. Ey, blöder Frosch. Trottel. So, kann ich zufällig von dem Ding hier hinab springen, sodass ich... Natürlich nicht. Arschloch. Nun, du. Boing, boing. Ey, Kollege. Wer bin ich eigentlich gerade? Ich hab keine Ahnung. Egal. Nicht so richtig. Dann da. Ähm, den haben wir da. Da. So. Dann haben wir den auch. Davon fehlen noch zwei. Und den haben wir auch. Das heißt, es geht einfach weiter. Ah. Da war ja was. Diese Unnötigkeit. Ich begreife immer noch nicht, warum die das gemacht haben. Weil die Dinger bauen sich jetzt automatisch auf. Zu einer... Leiter. Das ist das Unnötigste, was es echt... Was geht. Das ist echt... Anstatt, dass man hier direkt hoch geht, hat man da so ein... Bäh. Naja, gut. Ach, verpiss dich. Blödes. So, 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 so. Mann, verzieh dich, Alter. Verzieh dich. Meine Güte. Und du auch. So. So. Boom. Da bist du. So. Keine Ahnung, wer das ist. Egal. Das ist meine. Ich weiß. Ähm. Den kenne ich. So. Den bist du eigentlich. Bist du auch böse? Nee. Schade. So. Sehr gut. Sehr gut. So. Und... Toll. Zum Glück, äh... Ist das der absolute sinnlose Kack. So. Weil ich eh un... 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 Unsterblich bin. Insofern ist das eigentlich scheißegal. So. So. Und jetzt wird... Langsam gefahren. Dann. So. Ganz, ganz vorsichtig. Aua. So. Nein. Sehr gut. Ist egal. Wir können ja... Glücklicherweise... Wir können sogar umdrehen. Das wusste ich gar nicht. So. Dadurch, dass wir natürlich... Unzerstörbar sind... Werden wir vielleicht... Werden wir vielleicht... Ein, zwei Mal so... Aufgenommen. Aber wir gehen ja nie kaputt. Okay. Das ist gut. Dann wollen wir eben gucken. Hoffen wir mal... Das wäre nichts... Damann aus. Brumm, brumm. Du und... Und... Ein noch. Eins noch. Zäh. Sind ja die Häuser. Deswegen eins noch. Mal schauen. Wann es kommt. Schubidu. Und Schubida. Ich hänge. So. Da. Intern. Na also. Amma. So. Müssen wir alles haben, ne? Genau. Tropfener Katalys. Professor Snestra. Ich kenne ja auch nicht. Ich kenne nur Frank Sinatra. Aber okay. Ja. Goldene Steine. Ganz klasse. Bam. So. Auch schön. Ein Level nur noch, ne? Genau. Genau. Der Basilisk. Baylisk. Er will lieb. Nehle, der Lucious, der ist cool. Ich mag den Typen. In dem Spiel hier. Ansonsten ist er natürlich ein Arsch. Aber jetzt nichts, nichts, das nicht, dass ich wüsste, weil ich sehe gerade nichts hier. Boom. Willst du? Bauen wir mal hier irgendwas? Was bauen wir denn da? Ah, das bauen wir hier. Ah, das bauen wir hier. Und du? Hups. Hey, Kollege. So. Hey. Und da und da und da. hoch. Dann hier hoch. Ja. Was willst denn, du? Gespült. Kommt da eine Scheiße raus. Auch schön. Ähm. Du gehst da weg. Ah ja. Auch schön. So. Dann so. Und natürlich so. Und dann die Katze rennt hier weiter. An der Wand. Natürlich. Unsere Katzen konnten das nie. Der Frosch. Rennt in den Schrank. Hüppt da rum. So. Genau. Boing, 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 boing. Genau, genau, genau. Das war ja total behindert. So. Und jetzt können wir den Scheiß aufbauen. Großes Kino. Und da war man natürlich Harry Potter. Oder irgendjemand, der. Ich denke, es kann da bis. Ich muss ja ein Parsel sprechen da. Ich denke mal. Professor, wie heißt der noch? Als Voldemort. Der kann das, denke ich mal, auch. Naja. Gibt Gas, Kollege. Springen. Wusch. So, jetzt sind wir hier. Und hier sehen wir auch auf jeden Fall schon eine Menge. Ähm, so. Ja, nö. Okay. Moment, ich nehme mal eben jemand anders und wechsle drauf. Irgendjemand, der buddeln kann. Kann jemand buddeln? Deswegen müssen wir die Katze wahrscheinlich nehmen. Sehr schön.